wenn der anhänger inhalt mehr wert ist als das fahrende auto auto 2000 euro hinten drauf 12.000 euro der hat dann kommt steuern hast 14 auf dem konto germany Auf jeden Fall hat er gerade 19,89 Euro. Achso, ich wollte schon sagen, für den Bunn, Alter. Red Bull schmeckt gut. Danke. Red Bull ist super. Red Bull. Ey, ist dein Jörg. Wie war es? Ich schalte jetzt dein Auto. Mein Fahrer ist zweimal so viel wert wie dein Auto. Das war scheiße. Schwung ein bisschen. Woah. Woah. Kann ich frei gehabt. Kann ich rein gehen? Oh Huh? Yo! Ja man Ja Weird guy Mich wichst das böse witzig hin Hier ist böse rutschig Oh Yo! Federung ist zu hart Yo! Federung ist böse Schnell Schnell Wegetank Ah ah Schau mal was hier die Kamera Oh 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 Papa Komm gib mal ein kurzes Feedback von dir Ja auf jeden Fall ein geiler Abend heute Es gibt ein paar lustige Videos Mit ein paar Fails Aber ich kann echt nur jedem diesen Sport empfehlen Der ist mega geil Leute Also ich sag euch eins Kauft euch ein Cube Wir sponsern Ne wir sponsern nicht Aber empfehlung Kauft euch ein Cube und habt Spaß Ist was geiles Auf jeden Fall Und hier ist ein Ohr Ein Ohr Ein Ohr Und der macht den Der macht den Der macht den Der macht ihn Hey Hassi trinkt alleine hier Ja ja komm Kein отри directly Jai Schnell Ja 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 And everybody's gonna know We're coming, coming for ya We're coming, coming for ya And everybody's gonna know